Der Mond, rund 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. 1969 standen die ersten Astronauten an dieser Stelle, an diesem Punkt, im Meer der Ruhe. Doch bis heute gibt es Menschen, die das bezweifeln. Und die sagen, das Ganze wurde nur im Studio nachgedreht. Darüber könnten wir jetzt stundenlang diskutieren. Wir gucken uns mal einige der wichtigsten Beweise dieser Kritiker an. Ein oft gehörtes Argument, die Flagge, sie hat geweht. Und das wäre natürlich nicht möglich auf dem Mond, denn der Mond hat keine Atmosphäre und daher gibt es auf dem Mond keinen Wind. Ich habe hier ein dreistündiges Video, das beginnt kurz nach dem Aufstellen der Flagge. Beim Aufstellen hat natürlich dieser Stab ein bisschen vibriert, etwa eine halbe Minute lang. Aber danach, man kann durch dieses ganze Video durchgehen, man sieht, wie die Astronauten hin und her springen und irgendwelche Arbeiten erledigen. An der Flagge tut sich nichts. Ein zweiter Punkt, der Schattenwurf. Auf allen Fotos der Astronauten verlaufen die Schatten nicht parallel. Die Kritiker sagen, dann können diese Fotos nicht mit Sonnenlicht fotografiert worden sein, sondern mit zwei unterschiedlich ausgerichteten Studioscheinwerfern. Ich habe aber ein Foto, das definitiv mit Sonnenlicht im Rücken geschossen wurde hier auf der Erde. Und was sehen wir? Auch bei Sonnenlicht verlaufen die Schatten niemals parallel. Ein dritter Punkt. Auf den Fotos sind keine Sterne zu erkennen. Deshalb sagen manche ja, diese Fotos wurden nicht auf den Mond geschossen, sondern in einem dunklen Studio. Unsinn. Denn die Sterne sind ziemlich lichtschwach. Die sind einfach zu dunkel. Hätte man die Sterne fotografieren wollen, hätte man deutlich länger belichten müssen. Aber dann wäre diese Mondoberfläche überbelichtet und wir hätten hier nichts mehr erkannt. Diese Fotos wurden auf den Mond geschossen. Und noch etwas. 1969, das war die Zeit des Kalten Krieges. Die Russen haben garantiert penibelst darauf geachtet, was die Amerikaner hier auf dem Mond so treiben. Eine Schummelei wäre sofort aufgeflogen. Und auch in Deutschland wurde das Ganze verfolgt und beobachtet. Zum Beispiel von der Sternwarte in Bochum. Mit dieser Antenne hat man den Originalfunkverkehr mitgehört. Und wohin war die Antenne gerichtet. Zum Mond. Die Apollo-Astronauten waren also definitiv auf dem Mond. Die NASA und auch andere Forschungseinrichtungen haben übrigens schon vor Jahren sämtliche Argumente der Kritiker widerlegt. Die Links dazu findet ihr auf den Seiten von DLR Next. Und jetzt zum Schluss habe ich noch eine kleine Aufgabe für euch. Das berühmteste Foto vom Mond. Wir sehen hier den Astronauten. Aldrin fotografiert von Armstrong. Auf diesem Foto stimmt tatsächlich etwas nicht. Findet ihr doch mal heraus, was da genau geschummelt wurde.